Griffin Residenz? Hi Dad, ich wollte nur sagen, dass ich gesund angekommen bin. Und munter? Ja Dad, und munter. Oh gut, um das munter bin ich immer besorgt. Ach, es ist umwerfend hier Dad. Du würdest es nicht glauben, die Wohnung ist riesengroß. Man hat einen tollen Ausblick und... Dad, irgendwas stimmt nicht. Jemand ist eingebrochen. Oh mein Gott, sie haben Ruth. Jetzt sind sie glaube ich hinter mir her. Okay, Meg. Du musst mir jetzt ganz genau zuhören. Dreh durch. Achte auf keinerlei Details. Hab schlimme Gedanken. Atme flach und sehr schnell. Versteck dich unterm Bett, aber so, dass deine Füße rausgucken. Oh mein Gott Dad, werden die mich entführen? Ich hab solche Angst. Meg? Meg? Ich weiß nicht, wer sie sind. Ich weiß nicht, was sie wollen. Aber ich habe überhaupt keine besonderen Fähigkeiten. Ich hab keine Ahnung, wie ich sie finden soll. Aber was ich hab, sind zwei Dollar und eine Casio Armbanduhr. Eins davon können sie haben. Dracar Noir. Die Typen meinen es ernst. Lois, Meg ist tot. Outro 38 4 5 7 8 Untertitelung des ZDF für funk, 2017